Ja und damit Hallihallöchen meine lieben Freunde, ich bin euer Nubels und ich begrüße alle Zocker-Junkies bei mir im Video, ihr seid auf Baselive World und wir spielen heute ein paar und Ghosts in the Shire, zwar ohne Gäste oder sonst was, aber hey, mit mir ist es ja auch ganz lustig, ne? So kann es losgehen, ja. Und wir liegen hinten mit fast 1000 Punkten, das ist natürlich ganz nett. Yo, oh, wenn nicht so viele hier drauf sind, ist es meistens sehr einsam, Hector hat mich getötet. So, das war dann der erste Kill, Bann gebrochen. Ja, ne, ist krass. Aber ey, wer hat es noch gemacht? Wunderbar, nice Kill. Ja, na logik, na logik jung, logik, was hast du an? Läuft. Läuft. So läuft das. Willst du mir deine Fähigkeit geben? Was für eine Fähigkeit hast denn du? Ja, da kann ich nicht hier sitzen. Ja, bleib jetzt da sitzen. Jetzt solltest du sitzen bleiben. Was macht denn der Herr Kollege da? Oh, ne. Oh, ne. Ich... Ich hab' nicht... Klaro. Erzählst du mir auch. Ach, die sind mittlerweile auch zu dritt, das kommt noch dabei, na ganz fein. das ist so dermaßen unfair in was für eine lobby bin ich mit hier geraten jetzt sind die schon zu fähigen vier felsen ja ganz geil jetzt soll doch nicht hingehen kollege ja ja der wahnsinn das war mehr als unfaires mit in meinen Augen was ist denn das die 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 Mission ist eine Verlust. 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 das Wochenende vor allem bei der vollen Lasten am oder hat wird hier das Video auch gefällt und und daumen hoch daumen runter nur so können wir uns jetzt neid was macht denn der hier so macht man das mich holen natürlich hier oben rum in die selbe Richtung gehen und der camp da oben so was kommt hier nicht weit Kollege ja was hat denn der gedacht habe ich nicht hier die die hier daneben natürlich hier und hallo und hallo und da noch geholt noch geholt warum stellst du dich erklärt immer neben mich wie wirst denn du drauf verpräst dich verpräst dich oh oh ho 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 da ich bin da doch nicht so rein ja aber ich schieß als erstes aber er killt mich ist aber wenigstens da das ist geholt und d d d d d d d klar d d d d d d und das macht Logik das macht Logik Kollege ich komme aus dem Sporn raus und er hat mich direkt so eine fucking Logik von hinten flankieren Leute stehen da direkt wie auf dem Silbertablett hier genau und noch Headshot der hat doch ein Aim-Bot an alter aber noch einen richtigen Aim-Bot an auf dem den die einen den die die den die 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 Klaro, was wollt ihr mir hier erzählen? Ja, wenigstens das Assist bekommen. Sooo, leckt mich. Bin ich jetzt wieder bester? Ne, oder? Ne, immer noch nur zweiter. Klar, die sehen mich nicht mehr richtig. Was stellst du dich immer hier mit bei? Hey! Hat mich, Hector. Bin ich blöd, oder was? Naja, wenigstens das Assist, ey. Unglaublich, dass ich den jetzt nicht gekriegt hab. Sicherer Kill eigentlich. Kann doch nicht normal sein. Waaas? Sposten, ey. Sposten, ey. Ja, aber das, was ist das? Oh, okay. Oh, Hans, weißt du. Hmmm. Okay. Oh, nein, das ist nicht so laut. Die Erste Frage. Ich bin der Stadion für den Stadion. Ich bin der Stadion für den Stadion bei uns. Wir sehen uns auch, dass wir überhaupt nicht, dass wir die Stadion bei uns láben. Oh Whoa, what the fuck Ich glaub mir, mit einem Scheißschuss I'm eliminated, moving on The enemy is using an armor Schatten, wir hatten Schatten, der Kerl Schatten, wir hatten Schatten Ja Ich glaube, ich habe die ja Hm. Caution! Enemies are using hyperspring. I'm going in. Finish your skill sink and move in. Necklace. Incoming. Klar. Also, krass ey. Ah, noch ein Assist bekommen. Schön. Immer schon ein Bonus-Gruppe. Der ist schon angehieselt alles, aber nein, der hat doch an der Kerl. Keine Sache. Der ist schon angehieselt alles, aber nein, der hat doch an der Kerl. Kennst du die Sache? Oh. Sommelige Ankündigung. Leck mich. So macht man das. We can't leave you in there much longer. We need your mission immediately. Ne, Matches verloren. Was halt nix machen, ne? War ein hartes Match, aber ich fand einige von denen haben mit Garantie irgendwas angehabt. Also, trotzdem hat es Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und ich bin euer Anubis, bis zum nächsten Mal, ihr Zocker-Junkies. dann wäre die plumbing mitعم telefon, pork Pois sung, da прав er nie zuwd. Bis zum nächsten Mal. 실행, sjunk. Soglês питack. Sch camb Then mit einem Kör. Vielen Dank.